Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo, hallo, hallo! Wir brauchen neue Action-Angelegen! Und zwar richtig viel, sonst bekommen wir keinen Action-Parcours und dann können wir auch das Tor der Müdigkeit machen. Ah, und heute müssen wir es auch noch zu zweit machen, weil Laura ist in den Bergen im Schnee unterwegs und macht eine Schneeballschlacht! Was gibt's denn zu tun, Action-God? Dreht Auto-Action-Race! Oh, Hammer! Das ist mein Freund Ralle Fuchs und er fordert euch heute heraus. Wer als erstes am Ziel ist, hat gewonnen. Ihr habt drei Versuche, Ralle Fuchs in den Parcours-Rennen zu schlagen. Mit dem Power-Smiley dürft ihr euren Gegner während des Scans vom Wagen werfen. Gewinnt ihr nur ein Rennen, bekommt ihr Bronze. Bei zwei ist es Silber. Gewinnt ihr alle drei, bekommt ihr Gold. Also, seid ihr bereit? What? Okay, also, das ist also dieses Tretauto. Und damit fahren wir jetzt da lang. Das wird nicht ganz so einfach, ne? Das wird auf jeden Fall hart. Oh, alles klar! Hey, komm, wir freuen uns in die nächsten Klinge. Aber wie platt, wenn wir fallen wollen, war ich jetzt, oder? Oh, yes! Richtig gut! Runde eins. Drei, zwei, eins, los! 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 Auf geht's zusammen! Komm, hoch, 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 hoch! Ja, 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 und jetzt überholen! Ja, und jetzt voll drauf! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! 快, đi, drei, drei Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, ja! Ja, 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 ja! Du hast es geschafft. Und jetzt rein im Spiel! Ja, noch vorne! Ja! Woohoo! Juhu, 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 juhu. Wer übernimmt Lauras Platz? Schnee, schnuck, schnuck. Es liegt an dir. Finale Runde. Und jetzt nach vorne, Junge. Stefan, Stefan, bester Mann. Und über die Rampe, über die Rampe. Ja, ja, ja. Juhu, juhu, juhu. Juhu, juhu, juhu. Oh, ja. Klara, wir haben das Ding nach Hause geholt. Action Gold. Gold. Oh, der hat Gold gesagt. Ja, ja, ja. Für Klau. Vielen Dank für eure Action-Energie. Hast du gut gemacht. Ich würde sagen, schneller ist die Polizei erlaubt. Ja, fast. Eine Schnecke hätten wir bestimmt überholt. Okay, stimmt. Action Gold, was haben wir gewonnen? Nix. Was soll das jetzt? Sportmacher, hier habt ihr eure Gold-Auswahl. Ich will die Stopfleiter. Boah, ja. Aber die Zuschauer hatten bisher ja auch immer ein gutes Händchen. Ja, du hast recht. Es liegt wie immer an euch. Schreibt uns in den Kommentaren hier unter dem Video, welchen Gegenstand wir für den Action-Parcours bekommen sollen. Und der ist heute auch besonders wichtig, denn damit schließen wir das Tor der Müdigkeit. Oh ja, also fleißig kommentieren und dann sehen wir uns nächsten Samstag wieder ab 9 Uhr bei www.tv.de oder ihr gebt die Sportmacher einfach in euren Browser. Sportmacher, seid ihr bereit für eine neue Challenge? Na klar! Ja, klar, immer. Hey, hey. Hast du Probleme oder was? Leg dich nicht mit uns an, ja. haben wir ja wieder mit uns an. Ciao! Ciao! Toine! Ja!